Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Feige von dir Wulff mit dabei 85 Wetter und ein David Hallo Jesse Ich hoffe auch diesmal dass David nicht time-doubt geht Er weiß wie weiß Das wäre scheiße Ich hoffe es genauso wäre Hast du jetzt da was reingeschmissen? Mach ich jetzt Okay Ich schmeiße den Rest alles in den Meer rein Die Festplatte hatte noch ein bisschen Platz Ja wir brauchen viele Platten Ui die funkt schon Hast du geladene Kristalle oder was? Da liegen Kristalle hier draußen Das sind geladene, was hast du mit geladen denn? Äh die sind da schon Und da Brüder ich jetzt grad wüsst du wie man dieses Sieb Daumen für die Tertus gehört Da muss dann Sand Und ja Probieren wir mal Witters Waschanlage aus Papa Yoshi Papa Yoshi Mhm Wo haben wir Grazpulver Grazpulver muss man machen Hier oben drin Nein Hier Äh warte Netter Staub Netter Staub 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 Fast die Sekunde kommt ein Block dazu Was? Äh du musst ein normaler Quarz nehmen und äh malen Aber normal macht doch die Quarry auch so Quatsch da Äh nein Ist das nicht mehr so? Nein Warte ich guck mal kurz nach aber ich glaub nicht dass das ist Es glaub ich nicht mein Stuhl quitscht Bq Bq Nee ich dachte jetzt an was anderes Deine Unterhose? Nee ein Stuhlstuhl Näää Meinen Stuhl quiitscht Naja Also ich würde damit zu Mars gehen Ne Nicht jeder denkt zweideutig Ich denke eindeutig zweideutig Also, ne, die Query, die, die holt nur noch mal, wenn sie mal wieder laufen, die da, die läuft ja gar nicht. Da wird er sich nicht drum kümmert. Ja, weil er erstmal das Haus angefangen hat und wenigstens den Koppel aus seinem Inventar versucht zu verarbeiten. Schön bauen ist was anderes, aber genau. Wie ist es, wird er noch. Bald kriegen wir wieder Unterstützung. Wie ist es funktioniert? Das wird es einfach laufen. Prost. Aber nicht in die Hosen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich hab leckeren Schleim, den ich essen darf. Hast du nichts anderes? Nee, ich hab nichts anderes. Nur Schleim. Also, ich brauch auch irgendwie zur Seite gar nichts zu essen. Okay, ich bewege mich auch nicht viel. Ich mach jetzt den Oktopus und schwimm mal in dem Queryloch rum und sammel da irgendwelche Erze, Leute. Äh, da war ich schon, dass der Oktopus nicht unter Wasser atmet. Doch, tut er. Oder? Ja, mach dann. Echt? Kannst du unendlich jetzt nur unter Wasser bleiben? Ja, nur nicht über Wasser. Ja, okay. Wenn ich auftauche, ertränke ich. Warte mal kurz, wo sind die Oktopusse hier? Oktopusse? Wo sind die Oktopusse? Da, am Wasser. Ja, ja, aber... Gibt es hier bei mir noch eine Nähe? Nein. Nein. Kann ich Kohle machen? Ja, es hat was. Kohle? Ja, Kohle, äh, Holzkohle. Da haben wir irgendwo noch, äh, kann ich die echte Kohle nehmen? Dann kannst du ja echte Kohle nehmen, wenn es das sein muss. Warum, 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 was? Erfolg, was? Shocking. Shocking. Okay, mir trägt er voll viel gute Sachen da raus. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Also, schwimmen macht ganz viel Spaß. Ja, aber kurz, das probiere ich jetzt auch mal. Jetzt zeige ich auch den. Leute. Ja, ich besuche nur Holzbrüder. Tatsächlich, ich kann ohne Ende... Oh, wie tief ist die Querie. Also, ich sehe ab und zu... Wird er kurz... Guck mal eben. Ganz viel viel leer ist, ey. Also, ich sehe hier irgendwie rotes Gestein, weil ich nehme ich voll. Da schwimmt ein Wizzler, Pussy. Feuer durchzogenes Gestein, also ziemlich tief ist es schon. Kann ich mich jetzt auch in Tintivski verwandeln? Hey, da musst du erst mal... Ah, ich kann mich auch in Tintivski verwandeln. Tintenfischparty. Ich gehe zu meinen besten Freunden. Tatsächlich. Ich krieg Luftprobleme. Yeah, tauchen, tauchen, tauchen. Wie geht man denn unter? Mit Schiff. Mit Schiff. Da kann man sogar den Fien spielen. Klub. Da ist noch ein Tintivisch. Oder bitte bist du das. Der hier gerade einsammelt. Der so ziemlich auf dem Boden rum... ...schnaxeliert. Oh, wir sind ja schon auf Höhe... ...27. Jo. Oh, nein, 29. Oh, quaz, Crystal. So, achtung, ich schmeiß mal jetzt wieder... Oh, ho, 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 ho. Kriege ich echt Sauerstoffprobleme? Nein. Tatsächlich, kriegst du Sauerstoffprobleme. Ach, mein, wenn es da ganz oben ist, kriegst du Sauerstoff... Oh, ganz viele sogar. Ich bin gestrandet, ich bin gestrandet, es rettet mich. Schieb den Ball. Schieb den Ball. Ui, spring! So, wo haben... Shit. Was hat mich jetzt gedrückt? Ah. Irgendwie müssen wir uns was mit den... ...Eiern überlegen bei der Query. Hm. Ich fände mich gut. Irgendwie wäre es mal besser, wenn der Sauer runter lief. Ah, scheiße. Hast du deine Uhrzeit vergessen, oder was? Nein, Creeper. Äh, große... ...Probleme. Äh, verseuchte Spiele. Wo ist denn die... So. Oh, das war knapp. Shit. Ups. Wo, wo bist du explodiert, Joshi? Oh, ja. Wer ist der Creeper? Ach, du. Ich wundere mich grad... Wieso guckt der Creeper in eine Kiste rein? Mensch, du kannst einem auch... Ja, natürlich. Und ich denke mir so... Okay, gut, der Creeper... Äh, hold up. Okay. Wieso guckt der Creeper in eine Kiste rein? Damit. Baumwolle-Samen. Können wir noch nicht verarbeiten, weil wir haben das Spindrad nicht. Nein, mein Brot. Ich glaube, ich ziehe jetzt so eine... Wir haben hier hoffentlich genug Redstone, weil dann ziehe ich eine... Kabellinie bist, vom Reaktor bist, zu unserer Query. Geht das? Echt? Ja, das sollte dir gehen. Dann stell mal einen zweiten Shuntloader auf. Für was? Einen zweiten? Du musst nur den einen da oben umsetzen. Oder wie weit geht der? Warte. Wenn ich mal den... Leser sehen kann. Ah, so brauchst du schon mehr wie zwei Shuntloader. Wo hast du denn Shuntloader denn aufgestellt? Da hinten. Hier. Yoshi. Hier. Hier. Führ mich hin, ich seh dich wieder nach... Ach, hier ist das... ...Shotter. So, Dick. Das sollte jetzt erstmal wieder reichen. Okay, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.